Wir haben es jetzt kurz nach sieben und ich werde mich mal los machen und dass ich mal los fahre. Ab der Not geht es nach Düsseldorf. Und dann gucken wir mal los. Ich werde jetzt einfach die Videos hier, die nachfolgen, wie ich das einfach hintereinander kanal. Ne, das muss ich bekloppt sein. Genau, das schnimmel ich dann einfach ein bisschen zusammen. Ach Gott, hier ist die Pflege. Gucken wir mal. So, rasieren. Morgenprogramm, ab auf den Roller und losfahren. Wir machen hier erst den Sprinten-Stopp. Wir befinden uns hier gerade auf dem Parkplatz vom Bauhaus in Bochum. Ich muss mal kurz anhalten. Einfach eine Raucherpause. Helmchen lassen wir auf. Geht noch weiter. Wir haben jetzt ungefähr, weiß nicht, wir haben jetzt ungefähr 43 km gefahren von den 97,3, die wir müssen. Ich bin nochmal gespannt. Bis jetzt war die Fahrt ganz angenehm. Und ich muss gleich nochmal, kann ich mal sehen, dass ich mal eine Fußschutzpause anlege. Geht dann nochmal Zeit. Huch. Was war denn schon los, du? Äh, hä? Also, mein Gott. So, zweiter Stopp. Wir sind in Vellbert. An der Fette. Direkt an der Bergstraße. Direkt am Pforz-Eingang. Von Vellbert aus sollten wir es nicht mehr so was haben. Die nächste Station, wo ich dann mal anhalte gegen Essen, wird wahrscheinlich schon ein Radteam sein. Aber ich fange jetzt hier erstmal voll in, äh, bin in einem halbvollen Tank los. Und, äh, muss dann gucken, dass ich jetzt noch, huuuh. Also, wir haben jetzt ungefähr zwei Drittel der Strecke schon durch. Und wir haben jetzt, umgelogen, wir haben einen Punkt an den Uhr. Ich tue die Beine um meinen Arsch hier. Dann halte ich mir da noch an, ey. So, jetzt sind wir hier zwei Kilometer vor Vellbert. Äh, ach, zwei Kilometer vor Rating. Jetzt habe ich hier gerade die Landschaft gesehen. Das müsst ihr euch mal angucken. Ich halt jetzt, äh, ich werde jetzt hier mal in mein, mein lecker Salami-Bötchen oder was da doch sein mag genießen. Für 1,79 Euro eine Tanke. Ist gar nicht so teuer für eine Tanke. Wird noch mal was essen. Aber jetzt mal während es nicht filmen, aber noch rum. Ihr müsst euch das mal angucken. Ah, herrlich. Mal so eine Übersicht mal kurz. Ja. Und, äh, durch das gurke ich jetzt die ganze Zeit schon durch. Seit ungefähr 35 Kilometern. Wir sind jetzt kurz vor Ratingen. Ratingen heißt, wir haben noch in die, wie weiß ich, so 20, 20 Kilometer, müssen wir durch sein, haben unsere Gurke. Ja, ist ein bisschen warm geworden, aber selbst hier, wir haben hier durchgehend die abartig steilen Straßen die ganze Zeit. Also, trotz seiner 50er Vorlage kommt er bequem immer noch seine 40 den Berg hoch, auch den steilen Berg. Und, ja, in diesem Sinne, äh, dann sehen wir, wenn ich in Düsseldorf mal ankomme. Ich freue mich drauf. So, ja, ich möchte mich nochmal kurz zurück, bevor ich das Video damit auch beende. Ähm, äh, ne, der Standort, wo ich penne, ist natürlich geheim. Als Witzel-Lotte, ja, ich befinde mich jetzt hier, wenn man sehen kann, auf dem Rater Kirchplatz in Düsseldorf im Hintergrund haben wir diese wunderschöne, riesige Kirche. Ja, also, wer Düsseldorf kennt, war ja ein Tietra schon mal. Ich vertrete mir jetzt gerade nochmal ein bisschen kurz die Beine. Dann werde ich zum Kollegen rüberfahren. Dann habe ich gesagt, äh, dann habe ich gesagt, noch, äh, dreieinhalb Kilometer und, äh, fünf bis sechs Minuten. Äh, puh. Also, insgesamt ist jetzt mit etwas Umwege, weil einmal wollte ich die Kiste wieder auf die, äh, auf die, äh, Kraftfahrtstraße laufen. Geht natürlich mit dem 50er Roller auch nicht. Mit dem 50er Roller geht ja gar nichts. Außer Landstraßen und Stadtverkehr. Der Stadtverkehr macht die fertig. Insgesamt bin ich jetzt bis jetzt gefahren, 126 Kilometer. Drei werden wir jetzt noch drauf kommen, oder bin ich da? Und ansonsten, ist alles gut gelaufen, keine Probleme. In diesem Sinne, wir sind es dann. Da fange ich dann, äh, ja, beim nächsten Video irgendwas wieder.